ach hier habe ich noch was schönes das ist herrlich so freunde dies ist ein realer funkspruch der zwischen spaniern und amerikanern stattgefunden hat aufgenommen von der frequenz des spanisch-maritimen notrufskanal 106 an der galizischen küste costa de fester am 16 oktober 1997 dieser funkspruch hat wirklich stattgefunden und wurde erst im märz 2005 von der spanischen militärbehörde zur veröffentlichung freigegeben alle spanischen zeitungen haben ihn gedruckt und mittlerweile lacht sich ganz spanien kaputt spanier hier spricht 853 zu ihnen bitte ändern sie ihren kurs um 15 grad nach süden um eine kollision zu vermeiden sie fahren direkt auf uns zu entfernung 25 nautische meilen amerikaner wir raten ihnen ihren kurs um 15 grad nach norden zu ändern um eine kollision zu vermeiden spanier negative antwort wir wiederholen ändern sie ihren kurs um 15 grad nach süden um eine kollision zu vermeiden amerikaner eine andere amerikanische stimme hier spricht der kapitän eines schiffes der marine der vereinigten staaten von amerika zu ihnen wir beharren darauf ändern sie sofort ihren kurs um 15 grad nach norden um eine kollision zu vermeiden spanier dies sehen wir weder als machbar noch erforderlich an wir empfehlen ihnen ihren kurs um 15 grad nach süden zu ändern um eine kollision zu vermeiden amerikaner stark erregter befehlerischer ton hier spricht der kapitän richard james howard kommandant des flugzeugträgers uss lincoln von der marine der vereinigten staaten von amerika das zweitgrößte kriegsschiff der nordamerikanischen flotte uns geleiten zwei panzerkreuzer sechs zerstörer fünf kreuzschiffe vier u-boote und mehrere schiffe die uns jederzeit unterstützen können wir sind in kurs richtung persischer golf um dort ein militärmanöver vorzubereiten und im hinblick auf eine offensive des irak auch durchzuführen ich rate ihnen nein ich befehle ihnen ihren kurs um 15 grad nach norden zu ändern sollten sie sich nicht daran halten so sehen wir uns gezwungen die notwendigen schritte einzuleiten die notwendig sind um die sicherheit dieses flugzeugträgers und auch die dieser militärischen auch die dieser militärischen streitmacht zu garantieren sie sind mitglied eines alliierten staates mitglied der nato und somit dieser militärischen streitmacht bitte gehorchen sie unverzüglich und gehen sie uns aus dem weg spania hier spricht juan manuel salas alcantara wir sind zwei personen uns geleiten unser hund unser essen zwei bier und ein mann von den kanaren der gerade schläft wir haben die unterstützung der sender cadena dial von la corona und kanal 106 als maritimer notruf wir fahren nirgendwo hin da wir mit ihnen vom festland ausreden wir befinden uns im leuchtturm a 853 finisterra an der küste von galatien wir haben eine scheiß ahnung welche stelle wir haben eine scheiß ahnung welche stellung wir im ranking der spanischen leuchttürme einnehmen und sie können die schritte einleiten die sie für notwendig halten und auf die sie geil sind um die sicherheit ihres scheiß flugzeugträgers zu garantieren zumal er gleich gegen die küsten felsen galatien zerschellen wird und aus diesem grund müssen wir darauf beharren und möchten es ihnen nochmals ans herz legen das ist das beste das gesündeste und das klügste für sie und ihre leute ist ihren kurs um 15 grad nach süden zu ändern um eine kollision zu vermeiden ach das ist so herrlich das liebe ich die amis die amis wie sie leiden und leben herrlich ich denke die überschrift ist in der zeit von 08 immer wieder dieselben gedanken dieselben träume sie ändern nur ihre farbe mittlerweile bist du schon so weit weg dass meine hände nicht mehr wissen wie du dich anfühlst meine lippen nicht mehr wissen wie sich deine lippen anfühlen selbst die erinnerung an deinen nackten warmen körper der auf mir liegt während dein kopf auf meiner brust ruht und ich dir durch dein haar streichle verblasst immer mehr ich spüre erleichterung immer wenn er mich küsst ich mit seinen sanften augen ansieht und er mit mir schläft wir haben eine affäre ich denke an dich wenn ich meine augen schließe ich denke an ich denke an dich wenn ich meine augen schließe während ich mit ihm schlafe und über sein körper streichle der deinem körperbau so ähnlich ist und mir vorstelle da es deine hände sind die mich berühren anstatt seiner es sind die gedanken an dich die mir keiner nehmen kann nicht einmal du selbst aber dann konzentriere aber dann konzentriere ich mich auf das jetzt und ich schaffe es schaffe es dich auszuschließen wenn ich mich mit der wärme seines körpers einschließe dann scheiße ich auf alles zwischen uns auf dich was nützt mir diese verbindung was nützt mir diese verbindung zwischen uns die uns immer so besonders so anders schien wenn sie am ende doch nichts wert ist ich weiß dass du nur angst hast vor meiner nähe dass du es nicht anders kennst als weg zu rennen wenn es schwierig wird aber es interessiert mich nicht mehr zu lange habe ich mich bemüht und gekämpft für uns und doch habe ich verloren weil du eben ein wegrenner bist und während ich jetzt erneut kämpfe um dich endlich aus meinem leben zu werfen wie dinge die man behält obwohl man nichts damit anfangen kann versuchst du nur zu vergessen ich habe all deine briefe weggegeben sie bedeuten mir zu viel um sie wegzuschmeißen trotzdem habe ich sie entfernt weil sie keinen platz mehr in meinem leben haben so wie du nie wieder einen platz in meinem leben haben sollst du bist gegangen als ich dich am dringendsten brauchte ich will nicht ertrinken in selbstmitleid oder in dem mitleid der anderen deswegen mache ich einfach weiter als wärst du nie gewesen denn würde ich auch nur darüber reden würde ich daran zerbrechen ich habe es versucht wirklich denn verdrängung oder dich aus meinem kopf zu ficken ist nicht mein ding aber da war nur so ein wahnsinnig schwarzes loch vor dem ich stand und ich fühlte mich so ohnmächtig wie nie zuvor innerlich schrie ich so laut aber nach außen habe ich nur zwei tränen geweint zwei tränen eine links und eine rechts ich bekam keine luft mehr und fühlte mich als würde ich ersticken das war's der moment an dem ich beschloss dich nie wieder in mein leben zu lassen und nie wieder über diese gefühle zu reden weil ich wusste dass es mich umbringen würde jetzt fühle ich mich nur noch leer ich habe über dich geredet über meine wut und darüber was für ein riesen fehler es war dich wieder in mein leben zu lassen aber nie wieder über das was da tief in mir ist dass ich dich liebe weil ich das gefühl habe dass es zu meinem leben gehört dich zu lieben und während ich mein leben umkremple und mein alltag und meine zukunft von dir befreie ahne ich langsam dass du so tief in mir steckst dass ich dich aus mir herausschneiden müsste um dich loszuwerden ich will dich anrufen und dich anschreien dir sagen dass du ein scheiß feigling bist dass ich dich dafür hasse aber dann fällt mir auf dass ich mich selbst hasse weil ich nicht wegrennen kann dich nicht vergessen kann sondern nur verdrängen also verdränge ich dich und schlafe mit ihm weil es das einzige ist was mich am leben und dich von mir fernhält irgendwann irgendwann werde ich dann vergessen haben wie du riechst wie ich diesen besonderen ausdruck in deinen augen liebe wie ich dein körper vermisse wie du mir gesagt hast dass du diese verbindung zwischen uns auch spürst und vielleicht auch dass ich dich liebe ein sehr sehr schöner text ein sehr trauriger text glaube sowas in der art hat jeder von uns schon mal erlebt oder gespürt so jetzt haben wir noch mal von mario einen text ein gedicht auch wieder die überschrift lautet streit der körperteile ein körper hatte langeweile da stritten sich die körperteile geheftig und mit viel geschrei wer wohl der boss von ihnen sei ich bin der boss sprach das gehirn ist jetzt ganz hoch hinter der stirn muss stets denken und euch leiten ich bin der boss wer wird bestreiten die beine sagten halb im spaße gibt nicht so an du weiche masse durch uns der mensch sich fort bewegt ein mädchenbein den mann erregt der mensch wirkt doch durch uns erst groß ganz ohne zweifel wir sind der boss die augen funkelten und sprühten wer soll euch vor gefahr behüten wenn wir nicht ständig wachsam wären und sollte man zum boss erklären das herz die nieren und die lunge die ohren arme und die zunge ein jeder legte schlüssig da hey harry hermine ich glaub wir haben neun follower ein jeder legte schlüssig da der boss bin ich das ist doch klar selbst penis strampelte kecksig bloß und rief entschlossen ich bin der boss die menschheit kann mich niemals missen denn ich bin nicht nur da zum pissen bevor man die debatte schloss da furzt das arschloch ich bin boss hey wie die konkurrenten lachten und bitterböse späße machten das arschloch darauf sehr vertrossen hat zielbewusst sich fest verschlossen es dachte konsequent bei sich die zeit sie arbeitet für mich wenn ich mich weigere zu scheißen werde ich die macht schon an mich reißen schlaff wurden penis arme beine die galle produzierte steine das herz es stockte schon bedenklich auch das gehirn fühlte sich kränklich das arschloch war nicht zu erweichen ließ hier und da ein vierzchen streichen zum schluss da sahen es alle ein der boss kann nur das arschloch sein und die moral von der geschicht mit fleiß und arbeit schafft man es nicht um boss zu werden hilft allein ein arschloch von format zu sein das mit viel lärm und ungeniert nichts als nur scheiße produziert sehr sehr geil sehr schön cooles gedicht und auch hier wieder eine lebensweisheit sehr sehr schön vielen dank dafür